Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer erneuten Aufnahmesession von Terraria mit den lieben Quantum Plays. Hast du gerade gegengesagt? Was? Gegen den Quantum Plays, hast du das echt gerade gesagt? Mit dem lieben Quantum Plays. Ich habe gegen verstanden. Nein. Ey, 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 ey. Böse, böse. Wie kann ich meinen Hook nochmal? Eh. Ah, genau. Ich kaufe mir gerade mal ein hübsches Netz. Ja. Ach ja, ich habe ja Doppelsprung, stimmt. Ja. Aber ich kann gar nicht fliegen. Und fange mir die ganzen Glühwürmchen. Die brauchen wir später auch noch. Zum Angeln. Ja. Komm. Die sind zu hoch. Ah, warte, was macht man da am besten? Fangen sie halt meine Hook. Nein, besser. Juhu. So geht's auch. So. Nein, ich habe sie nicht getroffen, sollst du mich verarschen? Verlierst du auch noch schön Leben, genau. Okay, das ist relativ sinnlos. Ach, bin ich dumm. Nein, jetzt komme ich... Okay, also das war auf jeden Fall super schlaue Hook wieder. Wollen wir denn schönes machen? Äh, ja, warte mal. Also ich muss gerade mal... Äh, am besten nochmal in die Kisten gucken, was wir so alles haben. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, noch sind wir nicht gut im Ausbruch. Hier sind sie, hier sind welche. Ja, warte, 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 warte. Ich komme... Nein, jetzt hast du getötet. Ja, du hast ja noch keinen Doppelsprung, richtig? Nee, ich habe die Hook dafür. Also das, äh, nächstgroße, äh, die nächstgroße Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, ist, äh, halt, die ersten paar Bosse und so weiter, jojo, aber, äh, das kommt erst später, weil wir noch nicht gut genug ausgerüstet sind. Okay. Also, wir sollten schon mindestens, denke ich mal, so in Richtung Lead bis Tankstenrüstung und bessere Waffen... Spitzhacken haben wir ja jetzt schon gut genug, aber, ähm, ja, halt sowas, und es fehlen uns noch ein paar Anfangs-Items aus Drohnen, die wir noch nicht gefunden haben, die man eigentlich haben sollte. Okay. Also von daher würde ich sagen, wir gehen einfach schön in die Schneehöhle weiter rein, die geht ja auch noch weiter nach unten, also, äh, ja. Ja, schauen wir mal, wo ist denn lieber, rechts oder links? Ja, links. Du kannst immer, ähm, auf die Karte gucken. Ach, ja, stimmt, da. Ah, da, schaue ich. Ich sollte hier erstmal mein Inventar noch, also, das kann ja weg, ähm, meine Crap-Truhe oder so, vielleicht. Ah ja, hier, die brauchen wir es gerade nicht, reichs Fackeln, aber auch nicht, so, die habe ich gefangen. Sonnenblumen, Steine behalte ich mal, Startwurm. Äh, warte, das tun wir mal in Tränkekisten, äh, warte, warte, Tränkekisten, ja. Ejo. Das auch mal. Glöcke, glöcke, glöcke. So, das geht für Fackeln, die muss ich auch mal hier. Und... Ah, Zombies, fliegende Augen. Wir könnten uns auch Bögen machen, aber ich glaube, das reicht mit unseren, äh, Boomerangerns haben wir, ja. Äh, ich hab ansonsten, ja. Gut, dann mach ich mich auch mal auf den Weg, du bist ja schon weit am Laufen. Jo. Da. Eskimo, Zombies. Ja, ich auch. Bam, 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 bam. Da. Und fliegende Augen kommen auch noch dazu. Ach echt? Ja. Jetzt hier... Schneebium. Das ist aber... Toll. Aua. An sich ist es eigentlich viel schneller, einfach nur zu hucken. Nein, hat nicht gereicht. Aha. Uah, so. Hey. So. Okay, ähm... Aua. Hier ist sie. Haben wir eigentlich... Ansonsten, die Karte haben wir ja gar nicht erforscht, aber egal. Ich baue auch gerade mal ein bisschen Eis ab, weil... Was denn? Äh... Weil das toll ist. Juhu. Da kann man... Da kann man schön draufrutschen. Irgendwie hab ich gerade einfach das abgebaut, weil es ist eigentlich total sinnlos. Ja, egal. Super. Für irgendwas hab ich doch damals das gebraucht. Ich weiß gar nicht mal. Ich hab das irgendwann mal, hab ich das für irgendwas gebraucht. Ich weiß nicht mehr warum. Okay. So. Dann... Ich bin ich erst mal wo runtergefallen. Das ist natürlich schön. Oh, hier geht's auch nochmal wo lang. Ähm... Hab ich hier keine Blöcke oder was? Stormblock... Ah, hier ist der Unblock. Okay, dann können wir ja... Achso, du baust die Erze noch ab. Da oben sind auch noch welche. Ich nutze jetzt mal ein bisschen mehr meinen Hook. Weil es eigentlich relativ praktisch ist. Du brauchst dich doch gar nicht mit Steinen nach oben bauen. Du kannst dich einfach an die Decke haken und dann abbauen. Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Ja doch, das ist ja halt... Naja, ist eigentlich logisch. Also ich würde jetzt nicht sagen Feature, also... Daher... Da. Und auch wichtig, mit einem Doppelsprung kannst du halt... jeglichen Fallschaden abwenden, wenn du halt kurz vorm Boden den Doppelsprung einsetzt. Den hast du jetzt zwar noch nicht, aber du wirst auch noch kriegen. Bald, bald. Ah, hier. Mit meinen Hook-Künsten... ...hucke ich mich durch die Höhle. Okay, okay. Oben ist noch was. Also wir lassen ganz schön viele Erze aus, habe ich so... ein paar... ...dass da kann man auch mal... ...dass schon ist zinn... ...Yeah! so ein dummischer, äh, dummischer Fall, ne, dummer und komisch vereint, jawohl, ähm, ne, ein, so ein, na, Dingensstab, ja, zum unter Wasser überatmen gewöhnt, hab ich auch, ja, und hier oben sind noch Saphire, die sieht man ganz schlecht, man könnte auch denken, es sind Eiszapfen an der Wand, aber es ist ein Saphire, Mensch, das ist so krass, ja, das ist ein fehliges schönes Tankston-Orm, Platinum hab ich auch gerade eins gefunden schon, ja, Platinum ist auch wichtig, aber es ist halt so, je stärker die Erze auch werden, desto mehr von denen braucht man, um halt sich ne Rüstung oder generell Sachen draus zu machen, das heißt, die sind erstens selten und zweitens braucht man von denen viele und hier ist schon wieder ne Truhe, ja, und was ist, geul, jawohl, das ist, na, ok, so geil ist es noch auch wieder nicht, aber, es ist nur ein Schaden mehr, aber, jo, ist halt nix so da, aber, äh, ich hab nen, tollen, äh, Eisboomerang gefunden, ah, cool, aber, äh, da war noch Lied, 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 was? Der leuchtet aber nicht so, oder? Doch, der leuchtet blau. Ah, das will ich haben, aber unser leuchtet ja bunt, so, richtig geil. Ja, blau ist sowieso cooler. Ok, bunt ist auch cool. Aber hier sind so viele Erze in den Wänden, die ich noch sehr, also, oh, ich will aber vorwärts kommen und Pisten finden, aber Erze sind halt auch wichtig, aber es dauert immer, die so abzubauen. Da ist ein Grabstein, ok. Echt? Naja, so tief sind wir ja noch gar nicht, oder? Er ist von, ah, von mir, ok. Ah, von der Frilemaus. Hier ist ganz schön viel von dem Lied, er ist, oh, jo, ganz schön viel. Fahren wir hier unten auch schon? Kannst ja alles auf der Map nachgucken, überall wo man schon war, ist halt schon auf der Map abgucken. Ah, ja, ok, da waren wir schon. Aber ich sehe nichts mehr scheiße. Ja, die sind hier gerade ein bisschen kruppelig. Oh, lass mal ordentlich hinsetzen. Ja. Und schön die Erdchen abbauen. Und dann, danach, wenn wir halt die ganzen wichtigen Items, die ich mir noch so gedacht habe, die wir brauchen könnten, ah, ich sterbe fast, wenn wir die alle gefunden haben und noch mehr Erze für bessere Rüstungen, dann können wir uns so langsam aufmachen ins Crimson-Biom. Äh, genau, und dafür braucht man dann auch die Bomben, deswegen sage ich auch die ganze Zeit immer, äh, dass du die nicht benutzen sollst, weil wir das Gestein dort nicht abbauen können. Und dazu brauchen wir halt die Bomben. Okay. Also die können wir mit unserer Ausrüstung können wir die noch nicht abbauen. Und was ist denn das da unten? Da ist ein bisschen Crimtainauer und noch irgendwas, glaube ich. Das ist doch kein... Das Crimtain leuchtet noch... Noch bulletin. Ich hab ne Hook wieder gefunden. Cool. Ja, die bringen uns jetzt auch nichts mehr. Also... Platin. Geil. L... Loi? 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 Was denn? Wat? Was denn? Hat mein Gedächtnis grad'n Lack oder was ist los? Ähm, 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 den, ähm, ähm, Herzkristall hab ich gefunden, ne? Ja, den krieg ich jetzt. Du hast schon ein, äh, du hast schon zwei mehr aus Versehen. Ja, gleich schön. Du hast zwei? Ich hab ein mehr. Na, wie viel hast du, Leben? 160. Siehste, du hast zwei mehr. Ich hab nur 120. Ja, dann... Den danach krieg ich, nehm ich auch noch. Also, irgendwie... Ich... Ich konnte das Crimtain abbauen, also... WTF? Es geht mit einer Platin-Pickaxe schon. Krass. Also, ich komme einfach runter, wo ich dann bin. Ja, warte, dann... Wenn ich ja jetzt Crimtain abbauen kann... Dann... Okay, das... Sollte doch eigentlich nicht so sein. Äh... Okay, ja gut. Dann geht's anscheinend doch. Aber... Es war auf jeden Fall früher so, dass man mindestens die... Die Crimtain-Pickaxe brauchte, äh... Äh... Wo man das erst nur von den Bossen bekommen hat. Also, das ist ein bisschen eigenartig. Okay. Na ja, gut. Egal. Muss halt jetzt schon abbauen. Hier ist sonst nix mehr. Also, ich lasse jetzt einfach da stehen, den Eiskristall. Aber ich trau mich grad nicht. Eiskristall? Äh... Den... Herzkristall. Äh... Ja... Du... Könntest auch einfach mit nem anderen Item ausprobieren, was... Äh... Was werfen ist und was nicht und... Aber egal. Wo bist du denn? Äh... Alter, wie tief bist du? Ja, eben. Ich fahr noch hier oben die ganze Zeit Erze abbauen und du... Du haust einfach ab. Also, ähm... Ah, da ist er ja. Rechts ist wegwerfen, okay. Da. Äh... Ja, es ist eigentlich hier. Es ist umgedreht wie in Minecraft. In Minecraft ist ja auch... Ja, ich hab's in Minecraft anders umgestellt immer. Da ist auch anders. Warum sollte man das umstellen? Das ist ja noch... Also, ich hab rechts... Ich hab rechtsklick abbauen, linksklick hinsetzen. Warum? Ich bin es so gewohnt, keine Ahnung. Okay. Ich kam mit der Stauung da nie zu recht so klar eigentlich, mit hinsetzen und abbauen. Das... Hat mich immer so verwirrt, hab ich einfach umgestellt. Ja, naja. So, hier können wir uns mal runtergraben. Weil da unten, hab ich gesehen, ist auch noch ein bisschen Hülle. Ah. Okay, das meinte ich jetzt zwar nicht. Ich meinte, dass was ein bisschen tiefer ist. Aber jetzt Platin. Ja, das kannst du schon abbauen. Genau. Tag. Dann werden wir mal sehen. Vielleicht springt noch ein Platin-Schwert für einen von uns raus. Aber Rüstung ist halt echt unnötig, weil die halt wirklich so viel kostet und äh, also das ist eigentlich fast nicht zu erfahren. Du machst rechts, ja? äh, wollte ich auch kurz sagen. Na, warte mal. Äh, so. Ah, da ist noch was jetzt. Ah. Ah, komm, die... Nein, nein. Du sagst immer, wir sollen das Lito. Also. Ja, gut, hast du auch wieder recht. Ich nix mehr ganz toll. Und, und gestern wir gleich. Okay. Die halten wir. Wir... Bye. Okay. Bye. Vielen Dank.